Hallo liebe Zuschauer. Willkommen beim neuen Zeitgeist. In der heutigen Spezialsendung geht es um ein Pirmasenser Original. Die Rede ist von Heinrich Kreuer. Er und sein Zwillingsbruder Ostkreuer sind aus der deutschen Volksszene nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam wurden sie weit über die Grenzen der Pfalz als Liedermacher und Mundartdichter bekannt. Als Künstler, Autoren, Liederforscher und Volkssänger bereichern sie das kulturelle Leben in Deutschland. Das waren die Worte von Ministerpräsident Kurt Beck, als er im Jahr 2000 den Brüdern das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verlieh. Zeitgeist nutzte die letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers, um Hein Kreuer zu besuchen. Seit mehr als 50 Jahren stehen die Kreuer-Zwillinge auf den Bühnen dieser Welt. Europa, USA und Russland sind nur einige Stationen der Pirmasenser Liedermacher. Doch auch als Autoren sind die beiden erfolgreich. Für ihr Liederbuch »Das sind unsere Lieder« erhielten sie 1978 auf der Weltausstellung für Buchkunst die Silbermedaille. Die Lieder der Brüder handeln vom Wandern, von der Freundschaft, von der Liebe und vom Trinken, aber auch von der Unrast, von Abschied und Wiedersehen. Die Blätter von den Bäumen, die fallen all auf mich. Die Blätter von den Bäumen, die fallen all auf mich. Weil mich mein Schatz verlassen hat, weil mich mein Schatz verlassen hat, das kränket, kränket mich. Ins Kloster, die sie gehen will, werden eine Nonn. Ins Kloster, die sie gehen will, werden eine Nonn. So muss ich die Welt durchreißen, so muss ich die Welt durchreißen, bis ich an das Kloster komm. Beim Kloster angekommen, ganz leise, poch dich an. Beim Kloster angekommen, ganz leise, klopf dich an. Gebt heraus die jüngste Nonne, gebt heraus die jüngste Nonne, die zuletzt ins Kloster kam. Es ist keine angekommen, wir geben auch keine raus. Es ist keine angekommen, wir geben auch keine raus. Denn wer drin ist, muss drin bleiben, denn wer drin ist, muss drin bleiben, in dem schönen Gotteshaus. Wer stand dort unter der Linden, Schnee weiß, was sie gekleidt. Und ihr Haar war abgeschnitten, und ihr Haar war abgeschnitten, zur Nonne war sie bereit. Was trug sie unter der Schürzen, zwei Flaschen roten Wein? Was trug sie unter der Schürzen, zwei Flaschen roten Wein? Nimm sie hin, Herzallerliebster, nimm sie hin, Herzallerliebster, das soll der Abschied sein. Das Lied, das ich eben gesungen habe, »Die Blätter von den Bäumen, die fallen all auf mich«, ist in den zwei bedeutenden Liedersammlungen unserer Heimat enthalten. Sowohl in der Pfälzischen Liedersammlung vom Oss und mir, die Liederpfalz, wie auch beim großen Louis Pink, dem Liederforscher von Lothringen, der Oss und ich werden den Louis Pink-Preis bekommen, wegen dieser Arbeit an diesen Liedern. Und da hat es, unsere Mutter hat es daheim gesungen, in Bermasens, eine geborene Räumach aus der Griechenskasse, und da hat mir das lebendig übernommen. Aber das Lied hat eine große Poesie, »Die Blätter von den Bäumen, die fallen all auf mich«, und seine Liebste ist eine Nonne geworden. Und das Onne ist eine Geschichte von den Panduren in Neuwilla, wie die von Ungarn nach Neuwilla reiten. Lass dein Rösslein traben, panur, auf ins Ös, als flick deine Montur, Reiter, trab an und weiter, dort überm Rhein wächst guter Wein, das Kloster mag, quartier und sein, klag und sag dem Mütterlein, schade, scheiden, meiden, das tut weh. Reiter, trab an und weiter, zum Schloss von Zabern wollen wir traben, trutz Kardinal Richelieu, tränkt ein Rösslein staubiger Panur, wo ein alter Brunnen rauscht, wo der Stiftsherr in der Kirche dem Gebet der Brüder lauscht. Pflück ein Röslein, steck's an die Montur, brech's vom Busch am Wegesrand, denk an deinen Schatz, Panur, so weit am fernen Donaustrand. Ein Röslein Haim Gröher hiess uns zum Interview in seinem Anwesen auf dem Horeb herzlich willkommen. Der schöne Garten gibt dem Künstler die nötige Inspiration und Entspannung, die er für sein Schaffen braucht. Gemeinsam mit seinem Bruder veröffentlichte er bereits 18 Tonträger sowie 20 Bücher mit Liedersammlungen aus aller Welt. Auch wenn der Weltenbummler viel umherkam und noch mehr erlebt hat. Sein Weg führt ihn immer wieder nach Pirmasens zurück, nicht ohne Grund. Pirmasens ist Heimat und wer eine Heimat hat, junger Freund, der ist weniger manipulierbar als Leute, die heimatlos sind. Sprache, Tradition, Küche, Freundeskreis, Herkunft, auch wie man sich einrichtet in dieser Stadt, dass man daran teilnimmt, dass man Vorschläge macht, wie es geht. Und mir gefällt in Pirmasens nicht nur das Klima, sondern mir gefällt in Pirmasens die Situation, erstens einmal, dass eine Mundart lebendig geblieben ist, zweitens, dass Lebensqualitäten vorhanden sind, wenn man sie braucht. Wir haben eine gute Brauerei in Pirmasens, eine gute Metzgerei in Pirmasens und haben eine schöne Frau in Pirmasens. Wir haben ein Land um uns herum von großer Schönheit, Schwester und Schritt. Heinkröer ist kein Schwarzseher. Trauert nicht den vielen schönen Tagen nach, welche er in Pirmasens verbracht hat. Er lebt und genießt im Hier und Jetzt. Das Pirmasens unserer Jugend ist mit dem verlorgegangenen Krieg, mit dem Bombenterror der Alliierten kaputt gegangen, in den Himmel geflogen, wo es hingehört zu der Engel, wie es abgebrannt ist. Und das neue Pirmasens ist ein anderes Pirmasens. Das Pirmasens der blühenden Schuhindustrie der 50er und 60er bis in die 70er Jahre hat man ja erlebt, aber auch ein flächendeckender Wohlstand, wie man sagen kann. Nicht nur von den Schuhen, sondern von allem zubringen. Und mein liebstes Pirmasens, das ist das von heute. Das ist das von heute. Wo das Bier noch läuft, wo junge Leute einem notieren, wo die Sonne scheint und der Winter ist noch nicht da und in der Vorderpass wachst du guter Woi. In den schweren Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg gab es bei Hein Kröher auch kurzzeitig Gedanken an eine Auswanderung nach Neuseeland. Ein Weg, den er aus seiner Sicht glücklicherweise nie beschritten hatte. Weil ich in Neuseeland vielleicht mehr Glück gebraucht hätte, wie man in Pirmasens hat, wenn man hier ansässig ist. Und ich habe ja damit meine Heimat mehr erhalten können und brauchte eine neue nicht zu suchen. Aber die Chancen für uns Anfang der 50er Jahre, also weder eine Schuhfabrik noch eine chemische Fabrik zu haben und auch keine reiche Ältere, sondern wir waren die Ausgebombten, wir waren die Hitlerbongerte, ja, unser Joggen, wir waren die Garnimont, dem schieren kapitalistischen Ausbeutertum in den Rachen geworfen. Der 78-Jährige schreibt seit über 30 Jahren Geschichten für und über Pirmasens. Unter dem Pseudonym Heuner-Zioina veröffentlicht er regelmässig in der Pirmasenser Zeitung und in diversen Büchern Pfälzische Mundart. Die Zwicker waren in Pirmasens in Stanz, solange man da bei uns Schuhe gemacht hat. Und das waren gut und gern über 100 Jahre lang, seitdem beim Kaiserpeter die erste Steppmaschine gelaufen ist. Da hat die Fabrik angefangen, aber von Hand ist noch zugeschnitt worden, ist gebuckt worden, ist gestanz worden, ungezwickt worden. Die Ausputzerei ist langsam aber sicher dann maschinell geworden, wie die Stepperei, aber die fertigen Schäfte sind auf die Läste gekommen mit der Bronzsohle und haben dem Schuh die Form gegeben. Und das haben die Zwicker fertig gebraucht, die aus dem flachen gesteppten fertigen Schaft ein Schuh gemacht haben. Der, der auf dem Läste mit der Bronzsohle durch die Zwickstifte verbunden war, hat seine Gestalt bekommen, seine Fasone, und dann hat der Schuh seinen Botten gegangen gekriegt, seinen Sohle mit oder ohne Rahmen und seinen Absatz. In der Fertigmacherei war dann der letzte Abschnitt, in der Finish. Dann ist er eingepackt worden mit zartem Papier oder als Arbeitsstübel ohne Papier in die Schachtel gekommen und hat keine die Stadt verlassen. Verlässt der Schuh die städtisch Grenz, soll Lob er sein für Pirmasens. So steht der Spruch, Ingehau, auf dem Schusterbrunner zu lesen. Es gibt keine Mundart in Deutschland, die 30 Jahre lang lebendig geschrieben wurde wie die meiner. Von dieser geliebten Stadt. Das sind 30 Jahre, also es sind die zwischen 2500 und 3000 Seite Mundart. Pfälzische Mundart von Pirmasens, vom Horeb. Und wenn man das der Leid verzählt, finden die, die das noch ähnlich erlebt haben, finden es glückhaft. Und junge Leute, die das lesen, denken, das schlagt noch wahnsinnig gelb wie mir. Die genauso schalbig sind, sich genauso folgst davon oder genauso Schwierigkeiten gehabt haben. Doch Heuner-Zieh-Euner ist nicht gleich Heingröher. Die Inspiration für seine Geschichten holt er sich bei den verschiedensten Pirmasenser-Charakteren. Schuhmaschinen, wie der Brunner-Loi da vorne, wenn der oben so am Stamm nicht verzählt hat, da war der Homer zu Gast an der Tafel. Friseermäer ist der Gustav Gomba. Das sind auch Figuren und Gestalten und Persönlichkeiten, die einen prägen in der Begegnung. Also mit acht Jahren notiert man da jemanden. Oder der Rektor Ehegott, der bei uns vis-à-vis gewohnt hat, mit dem Shakespeare-Schnorris und dem Bierbauch, mit dem E.K.A.N.s, wo an der Wand gehangen hat. Das sind alles Figuren, wenn man empfindsam ist, dass sie einen prägen. Und dann behält man die im Hirn, im Kopf, in der Seele, als wären sie noch lebendig. Kröers Leidenschaft für seine Geburtsstadt geht so weit, dass er sogar verschiedene Projekte zur Erneuerung und Verbesserung von Pirmasenser-Bauwerken ins Leben rief. So zum Beispiel der Ausbau des Glockenturms des alten Rathaus. Ich habe dafür gesorgt, durch meine Ideen, zusammen mit dem Karl Rheinwald, wir wollten ursprünglich zuerst die alte Rathausglocke. Die war gesprungen, dass man die reparieren und sie nicht. Und daraus kam die Idee meinerseits, ach, man könnte ja da oben ein Glockenspiel nicht machen. Da haben wir Stahlgerüchte hingestellt und haben die alte Rathausglocke reingehängt, die kann aber nicht schwingen. Dazu ist der Turm zu schwach gebaut. Aber sie wird angeschlagen und gibt die Stunden an mit dem Glockenhammer. Und das Glockenspiel selbst hat mehrere Titel, das ist nicht nur einen zum Spielen, Liedertitel. Für ihr Engagement in der deutschen Kulturlandschaft wurden die Brüder mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Das notiert unser Einer gern, weil man auch Anerkennung braucht. Wenn sie sich ein Leben lang einbringen, ohne jetzt Multimillionär zu werden, mit Mundart wird man kein Nobelpreis. Aber sie werden notiert und kriegen dann meinetwegen die silberne und die goldene Stadtplakette von einer Stadt, die sie anerkennt. Also die Nachbarn und die Mitmenschen erkennen ihr Schaffen an. Doch nicht nur in Deutschland hat er ein hohes Ansehen erlangt. Bei den Nachbarn in Frankreich hat er sich für die Erneuerung eines Brunnens in Neuwilla eingesetzt. Aufgrund dieser Leistung wurde er sogar zum Ehrenbürger ernannt. Doch auch in Neuwilla sieht Hein Kröher wieder einen Bezug zu Pirmasens. Der heilige Pyramin ist ein großer Westgote, dessen Vita noch gar nicht richtig ausgelotet ist. Der hat Neuwilla gegründet und der Bezug zu Neuwilla und Walmir Pirmasens und unser Pirmasens, Pirmin Husna von Hornbach, war mir ein kleiner Ausleger von Hornbach, hat uns nach Neuwilla gebracht und ich wurde in Neuwilla gern aufgenommen, befreundet mit dem Pfarrer und mit dem Bürgermeister, katholischen Pfarrer, protestantischen Pfarrer auch dann. Und da liegt ein alter Brunnen, ein Barockbrunnen, der 30, 40 Jahre vor der Französischen Revolution und der war seit der Zeit kaputt. Der Neuaufbau des Brunnens begann vor rund 15 Jahren. Kröher organisierte damals einen Grossteil der Gelder, die für die Arbeiten nötig waren und leitete somit die Renovierung in die Wege. Wenn man die Idee hat, ihn wieder aufzubereiten, übernimmt man das, was noch wertvoll ist, das Gemäuer, das Gewennt, das Gebauchte und was erneuert werden musste. Das ist der Sockel und die alte Treppe, die war auseinandergefallen, die hat man wieder verwendet. So ist der Brunnen 80 Prozent original und 20 Prozent erneuertes. Und steht wieder da und rauscht und spritzt in einem Spätsommertag, bis es nicht schöner sein kann. Auch der damalige Bürgermeister Roland Schäffer ist begeistert von dem erzielten Ergebnis. Also sein ganzes Aussehen, es war natürlich die ganze Gemeinde sehr zufrieden, dass der Brunnen wieder in Betrieb genommen werden konnte, dass das Wasser läuft, vorher war er ja nicht mehr dicht, man konnte ihn ja nicht mehr in Betrieb setzen. Und das ist ein Genugtuung für die ganze Gemeinde, diesen Brunnen wieder herzustellen. Besonders, weil da die Gemeinde auch sehr viel Geld gespart hat, durch das Mitfinanzierung von Herrn Gröher. Immer seine Gitarre im Gepäck gab uns Hein Gröher dann noch ein passendes Lied zum Besten. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum, ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seiner Rinde so manches Liebewort, es zog in Freude und Leide zu ihm ich immerfort, zu ihm ich immerfort. Die Geschichte ist ein sehr wichtiger Aspekt in Gröhers Leben. Und sein Denken und Handeln hat der historische Bezug schon immer eine wichtige Rolle gespielt. In unserer Herkunft, in unserem Menschentum stehen wir ja nicht in die Gegenwart geworfen, sondern wir haben einen Bezug zu dem, was vor uns war. Dann reist man in der Welt rum mit offeneren Augen, ja, als zuvor. Weil es einem auch bereichert, seelisch bereichert. Die Geschichtswissenschaft ist eine halbe Wissenschaft des Geistes, eine halbe Wissenschaft der Empirie, also der Erfahrung. Manche sagen, es ist gar keine Wissenschaft, es ist ein Mittelding zwischen Kunst und Wissenschaft. Es ist aber ein schöner Bereich. Ich bin da gar nicht gut zu Hause, aber ich weiss ein bisschen was. Die Gröhers wollen sich noch lange nicht zur Ruhe setzen. Neben drei Konzerten in diesem Jahr gibt es noch ein Projekt, das Hein Gröher gemeinsam mit seinem Bruder verwirklichen möchte. Eine CD zu machen mit deutschen Balladen, deutsche Balladen, ja, vom Prinzen Eugen oder gibt es ja auch noch den, von Karl Löwe, der Balladen geschrieben hat. Zelte, Posten, Werder, Rufer oder die Ballade vom Schinderhannes, das ist der Schinderhannes, der Lumpen und der Galgenstrick. Zugmeier hatte geschrieben, aus Bruchstücken überkommener Balladen, dass man noch eine Schallplatte macht mit deutschen Balladen. Würde ich gerne nochmal, zusammen mit dem Ost.